moin leute willkommen zu der zweiten folge das lama ist gerade einen berg runtergefallen das lama ist schon immer das lama ist viel zu hübsch das ist von hier runtergekommen er und runtergeflogen jetzt wird es mal auch hier links zu schlagen den letzten folge haben wir einen ort gesucht das haben wir im stream ausgebaut und das ist ferdinand der zweite das gehört doch nicht mit dir das gehört doch nicht mal die hier haben wir eine oase und da kann man sogar aufschwimmen wenn man keinen bock auf die sitznachbarn hat in der klasse kann man einfach den jützchen machen und auf das lama hier drauf gehen was überzippelig ist lama was macht der lama das lama mr lama schafft es das ist viel zu hübschelig warum das ist so hübschelig keine ahnung weil es deinen humor übernommen hat wuutsch wuutsch guck mal jetzt kann man jetzt so hübschelig los komm nicht so schlimm ey ah jetzt kommts ja es ist so hübschelig und wo der mobs hat macht die deko weil schau mal es kommt es kommt es ist nicht toll machst du das nicht mein Leute es ist nicht mein oh schau mal oh da wird es wieder runtergefroren das ist die islamer dumm er hat gesagt kitzwasser rein warum ist es klar so dumm das wieder runtergesprungen ja das spricht wieder aus oh mein gud es hat noch ein halbes herz ja 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 hier steht zu bauen das ist wie zu dumm warte bist du dumm oder was es hat noch ein halbes herz lami ich muss ich muss extra ne wand bauen leider es hat noch ein halbes herz ja jetzt hör mal auf zu reiten hör mal auf zu reiten das ist komplett dumm schau mal schau mal schau mal die kommt nicht mehr hoch schau mal die kommt nicht mehr hoch das ist komplett hinüber das ist einfach komplett hinüber das ist komplett hinüber warte warte mal was lustiges für die folge oh 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 das kommt los hopp das islam ist kaputt ja jetzt 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 checkt es jetzt checkt es so endlich mal kurz warte kurz warte ich will was für die folge ich will was für die folge machen warte ich will was für die folge machen oh ich muss gar nicht wissen dass sie sterben können es hat noch ein heibes herz gehabt oh man rip rip ich wollte dich ich will was da fallen hier hoch hu hu rip rip einfach nur rip ich will twice bin zwei immer don say lama ich will kurz ein bisschen die mapper kunden ich mach doch Leute dass ich das lama umgebracht hab vergiss es oh man das war nicht mal ich das war so kaputt ey das hat sie eh nur noch halbes herz gemacht also war es eh nutzlos hallo man könnte sich auch füttern was ist jetzt bei dir was aber füttern ist überbewertet das ist warum mal nicht vermisst wie die wie das die ganze Zeit runtergesprungen es war ein bester hat sich einfach selbst ungewacht eigentlich oh mein Gott ich hier wir haben sogar ein unterwassertempel man vorhin ist noch was lustiges passiert aber das habe ich leider nicht aufgenommen weil ich zu blöd da bin einen klopf richtig zu drücken so warte wo machen wir das wo machen wir das gab stein hin das ist hier hin das ist hier ich würde es sein machen wo das die ganze drunter gesprungen so wir haben sogar ein eisbiom wo können auch mal anhalten wo können die ich hätte ich das leben ich habe nur ein bisschen meine wo kürzeln bist du geschrieben bis zu geschrieben egal das ist so eine geile welt oh armes lama jetzt bist du ganz alleine macht das sinn dass es ein eisbio neben der wüste gibt wo bist du denn überhaupt ich guck mal auf der karte ach so ich hab hier eine karte lol du bist ganz hinten ja ich erkunde die map wie lol naja so weit hinten jetzt sehe ich sehe nicht mehr wo du bist oder ja weil du die karte nicht entdeckt hast ne ich sehe nicht mehr so wo du bist also mit augen ich weiß weil du die karte nicht entdeckt hast beim sumpf nein ja dann bist du auch weg oh man armes lama ich baue mir hier ein glasgehäuse oder so glasgehäuse glasgehäuse ja okay ja okay papa nein nein papa dank papa ja papa danke äh was wollte ich jetzt machen dings wollen wir umziehen oder was wollen wir umziehen warte du musst kurz zu ne geils sag warte ja 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 so wollen wir umziehen oder was wollen wir hallo ich mache mir den boden und dann 30 mit den lamer hin doch doch mit dem lamer was sollen wir sonst hier machen ja warte bleibt okay ich zieh um wir ziehen um leute in der nächsten folge weil die zehn minuten vorbei sind wir ziehen um keine ahnung wohin aber wir ziehen um so warte ich nehme das wichtigste mit doch lange kann ich mitnehmen auf dem boot ja so nehmen einmal war ich warte auf mich kommt noch mal nach hause an ich mein pferd mit flg ist überbewertet wenn es nicht mitnehmen fnk ich muss dann deine scheiß pferde selber mitnehmen ich komme ne weißt du ja schon die ganze zeit okay dann sehen wir uns in der nächste folge ich habe einen erdblock in der hand und ihr seht mich nicht also tschüss lul tschüss es peripanto